Also für zwischendurch ein spaßiges Game auf Dauer, I don't know, was ich davon halten soll. Ja, im Endeffekt hast du eigentlich ja das, was ich auch der Meinung bin, in relativ kurzen Worten gesagt. Absolut Dark Angel also. Dem würde ich mich zum jetzigen Zeitpunkt anschließen. So, wir fangen jetzt mit Peters Level an, weil er hat es mir auch zuerst geschickt und danach kommt Julian sein Level. So. K6G. Ich hoffe, groß und klein. Ja, okay. Spezialwelt, funky, backwards, okay. Der Weltrekord ist von Lucy HD. Ich glaube, dann habe ich das schon mal gespielt, Peter. Weil wenn Luca der Weltrekord hat, dann schätze ich mal, dass wir das schon mal im Stream gespielt haben. Aber komm. Spielen wir es einfach nochmal. Ach ja. Normal Abendbrot, okay, nice. Sammle mindestens 314 Münzen, okay. Also du hast eben erst gespielt, okay Luca, alles klar. Dann macht das Ganze natürlich Sinn. Ehrenmann. Luca, du kommst in die Hölle für sowas. Und dann machen wir es einfach mal. Oha, Hammer, Bruder. Nice. Kann ich auch mein Level einreichen? Klar muss, David, warum nicht? Heute spiele ich ja extra Zuschauer-Level. Das gucke ich mir sehr gerne an. Yo. Hey, Parano, willkommen im Stream. Was geht ab? Alles fit? Wenn ich ein altes Haus bin, dann bist du eine junge Wohnung. Alter Hammer, Bruder, geh weg. Ne, gibt kein Formular. Du kannst einfach in den Chat reinschreiben, was da wird. Mir geht's soweit auch ganz gut, danke der Nachfrage. Ich kann mich nicht beklagen. Nur noch sieben Opponenten. Ja, Mann, muss David. Nicht mehr lange, nicht mehr lange. Feiere ich. Und dann wird nochmal gefeiert. Oha. Der ist wild unterwegs, der da oben. Da muss ich jetzt aufpassen. Dass der mir das Ganze nicht noch versaut. Schön. Ach, ich habe ja schon die Münzen. Gleich drauf geachtet, dass ich gar keine Normalen mehr sammeln muss, aber... Okay, okay, da fehlt noch die letzte Rote. Vielleicht schaffst du es heute schon. Na, wer weiß. Mario Maker Streams. Ja. Also, zumindest habe ich heute 20 Zuschauer aktuell. Das hatten wir schon sehr lange nicht mehr tatsächlich. Also, danke an jenen, der da ist. Ehre geht raus. Oh. Wo führt die Tür hin? Ah, okay. Das Secret Ending. Nice. Okay, danke schön, Peter. Nice Level auf jeden Fall. So, und jetzt muss ich mir gucken, dass ich mir noch das von Julian Safe. Must David hat es, glaube ich, noch nicht reingeschickt. So. Genau, genau, genau. Ich dachte schon, Trolltür. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Secret Ending oder Trolltür. Wenn ich heute nicht da gewesen wäre, hättest du nur 19 gehabt, Kappa. Ach, Kreiser. Ich freue mich sehr. Alter. Alter, willst du? Das ist kein mittleres Level. Das ist kein mittleres Level. Nur wegen der Abschlussquote? What the fuck? Jetzt kommt die Spende an. Peter, danke dir nochmal für ein Euro. Siehst du, jetzt kommt die Spende an. Jetzt kommt die Spende an. Weil das kein mittleres Level ist. Ich dachte, das wäre Peter jetzt. Natürlich kommt jetzt eine neue Spende von Peter rein. Nee, Michi haut ein Euro raus. Über Streamlabs. Ich dachte, das wäre Peter jetzt. Aber nein, Michi haut auch einen raus. Haut mein Herz für die Donations raus, bitte. Haut auch mal ein... Mist. Come on. Und? Ziel? Yes. Da ist er. Na bitte. Na bitte. Es geht doch. Peter, danke dir für nochmal drei Euro. Peter, du machst mich fertig. 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 Come on. Help me. Help me. Bin ich echt froh drüber. So, S59 KFF. So, GG, thanks. Danke, die GG's. So, 1000 K. Stimmt. Glückwunsch dazu, zu 1000 Baumeisterpunkten. Ich habe ja... Die 10.000 Baumeisterpunkte erreicht. Peter, danke dir für noch einen Euro. Ich merke schon, ihr mögt diese Musik. Deswegen spendet ihr auch die ganze Zeit. The metal falling. Danke dir, Peter. Und den Erstabschluss haben wir auch. Und Peter hat noch einen Euro raus. Danke dir. Or is here we waiting so long. I prepare my blood and blood and blood come. And when they die, or they just left thorn. Fear not man. So, Leon. You welcome, Master. Battle Station Galaxy. Michi, danke dir für 5 Euro. Michi, danke dir für 5 Euro. Oh, für deine Spende, für deinen Support. Und dann später... Oh, das geht schon wieder. Lass mich raten, Peter. Ja, ja, ich wusste es. Peter haut wieder eine Spende raus. Kommt das jetzt in jedem Mario Maker 2-Street vor? Peter, danke dir für 1,78. Ich wusste es in jedem Mario Maker 3-Street vor. Ich wusste es. Ich wusste es. Danke dir alle, mein Herr Traus. Ich wusste es in jedem Mario Maker 3-Street vor. Ach, komm, geh weg. Moment, achso, Moment. Hä? Warum ist der on-off-block hier? Muss ich den drücken? Oder ist das nur wegen dem Checkpoint? Ach, das kann wegen dem Checkpoint. Es geht schon wieder los! Peter! Till the end of days, through the clash of our blades, we'll sing the warrior's song. So, ich versuche jetzt erstmal alles der Reihe nachzumachen, je nachdem, weil ich die mittleren Level, die werden jetzt erstmal bevorzugt, damit ich erstmal wieder ein bisschen in Mario Maker 2 reinkomme. Peter, hau doch mal 3er raus! Alter! My brother's battle will come, and when we die, our legend lives on. See the mad moon falling, side by side we stand strong. Till the end of days, through the clash of our blades, we'll sing the warrior's song. Die moon falling, side by side we stand strong. Aber Kilian, ich hab so sehr viel gesendet. Du meinst mich mal, gespendet! Das stimmt, ja! Muss mal neu laden, die... Ja, du stehst auf Platz 1 mit 23,64. Und das in so kurzer Zeit, ey! The fuck! krass danke dir danke dir Mann bedeutet mir sehr viel aber ich hoffe du hast es übrig ich hoffe du hast es übrig was ist New Super Mario Bros. DS 1 Castle Beta mal gucken ob ich so einige Sachen wiedererkennen kann ah ok die Trampoline bieten das Seil ok gut alles klar ok das Seil das Seil ist also quasi die Trampoline ok nice mal gucken ob ich auch alle Star Coins finde wer die Star Coins mitgemacht hat es waren ja auch drei Star Coins im Abschnitt ah und das waren die Stacheln genau das erkenne ich auch sofort genau das waren die Stacheln so durchrennen 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 aber hier fehlt die Star Coins ah ne hier ist er hier ist er da oben genau da oben ist die Star Coins allerdings waren die Trampoline halt nicht da normalerweise musste man da oben einen Wandsprung machen genau normalerweise musste man da oben einen Wandsprung machen damit man dann oben an die Star Coins kommt genau und jetzt kommen die ganzen Seile wieder genau eine Spendenzahl stimmt nicht doch die habe ich gerade umgeändert von 71 auf 76 Bayern Fan in der Zeit wo gerade die Spende von Bayern Fan äh von Peter reingekommen ist habe ich die Spendenleiste gerade umgeändert und da war um eigentlich eine Ranke da oben war eigentlich eine Ranke damit man um in die Röhre kann also die dritte Star Coins die kriegt man leider nicht schade aber jetzt war da oben eine Ranke und jetzt kommt Bowser genau zack und tschüss so nice ja Cent Beträge nimmt da gar nicht an irgendwie Bayern Fan Cent Beträge nimmt da ja nicht an also Streamlabs nimmt Cent Beträge glaube ich gar nicht richtig an aber ich kann es nochmal umändern für dich überhaupt kein Problem das heißt 161 171 177 176 oder so Peter hör auf Peter hör auf Digga hör auf ohne Faxe jetzt wird dein Peter hör auf er ja ok ich lasse wir nach tauern ok 7 9 10,78 euro das heißt 181 ok 181 ak 181 journal 1 1 1 2 1 Das war's. Das war's. Das ist aber der finale Spenden oder nicht, aber ist... was? Das ist aber der finale Spenden oder nicht, aber ist für heute für dich gut. Danke dir, krass, Mann, Alter. Krass, krass. Du bist heftig. Heftig. Red Yoshi, grüß dich. Willkommen. Peter, Peter, der Killer, haut direkt 1,42 Euro raus. Alter, der Stream hat noch nicht mal angefangen. Tika! Der Stream hat noch nicht mal angefangen. Der haut direkt 1,42 Euro raus. Hallo? Tika! Aber Hauptsache, 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 Type-E-Spiel funktioniert. Hauptsache, Type-E-Spiel funktioniert. 1. So, fangen wir doch mal direkt mit Peter an. Fangen wir doch mal direkt mit Peter an. Hey, geil... Loi, schaut mal. Geiler Code, FPS. Hahaha. Geiler Code, FPS. Ja, moin. Das geht jetzt schon mal richtig gut los hier. TFG. Hier, FPS. Geiler Code. FPS, ey. FPS. Geil. FPS. Ja, moin. Ja, hat er ja nachgebaut, ne? Okay, let's go. Hast du versus mal wieder gespielt? Ja, gestern ganz kurz. Haben wir noch die 4.500 Punkte wieder voll gemacht. Also habe ich wieder quasi... Ein bisschen versus gespielt, aber sowas mache ich halt off-stream. Weil ich da mehr Konzentration habe. Also da habe ich mehr Konzentration quasi. So, zack. Jo, Yoshi, komm her. Danke. Sehr schön. So, Checkpoint. Er spendet es hier, ich glaube nicht mehr. Ja, das ändere ich noch. Ähm. Das ändere ich mal. Das ändere ich bestimmt mal wieder um. Als ob. Ich habe dich doch gefressen. Oh, stir. Hallo. So. Und die Münze her. Was ist das denn da für ein Block? Eine Münze. Ah, ja. Was ist da oben? Da oben ist eine Tür. Und hier kann man rein, ne? Was für Speedruns gibt es heute? Das siehst du im Thumbnail. Das siehst du im Thumbnail, Red Yoshi. Das siehst du im Thumbnail. Oh. Hier müsste es hier sein. Jawohl. Sehr schön. Versus des Pilastens wurde wieder blockiert Oje Was machst du denn die ganze Zeit für Sachen? Was machst du? Raise your weapon Sing a song War is here We waited so long Prepare my brother's battle will come And when we die We waited so long We waited so long We waited so long Digga, chill Till the end of days Through the clash of our play We waited so long Geht das nicht? Digga Was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? War is here Was geht denn jetzt ab? Peter haut doch einen Euro aus Digga, chill Digga, chill Digga, chill Is that what was Ist das etwa die neue Spendeneskalation 2021? Kappa See I hope I hope I hope I hope Tiif Ahh Is to be Oh, shit. Raise your weapon, sing a song. War is here, we waited so long. Prepare my brother's battle will come. And when we die, our legend lives on. Peter, come on. Side by side we stand strong, till the end of days through the... Peter, danke dir. Ich hab noch mal 1,44 Euro raus. Und schreib noch 20 Abos, dann hast du die 600 Abos voll. Road to 600 Abos. Ja, ich hatte aber mal 587. 7 Abos sind ja wieder... Weil ich genau schon vorausgesehen hab, dass das passieren wird. Alles klar, Xanox. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Jetzt komm ich nicht mehr da rüber, ey. Ja! 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 Da ist er! Yes! Yes! Boom! Ja! 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 Na endlich! Ja! Ja! Alter! Alter! Meine Güte, habe ich es endlich geschafft, dieses Schefft! Peter, danke dir! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und ich glaube, das wird auch richtig, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff! Peter, danke dir nochmal für den Euro. Er schreibt, macht's gut, aber GG. Danke dir. Danke dir. Und danke fürs Reinschauen und danke dir für deinen heftig krassen Support heute. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ja, ich freu mich. Endlich dieses Level geschafft, ey. Endlich dieses Level geschafft. Obwohl ich gesagt habe, nur noch bis Viertel nach eins. Obwohl ich gesagt habe, nur noch bis Viertel nach eins. Und dann schaffe ich's natürlich. Nöbelt on. Nöbelt das Hosas Marie genius. Ja. 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 Ja.